Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute zeige ich dir den einfachsten und schnellsten Weg, wie du bei Spotify einen Code einlösen kannst. Dazu musst du einfach deinen Browser öffnen, auf dem Handy zum Beispiel Chrome, Firefox oder Safari oder auch Samsung Internet. Das geht alles und dann gibst du hier folgende URL einfolgende Adresse spotify.com, dann diesen Schreikstrich, den findest du meistens hier bei den weiteren Symbolen und dann redeem mit Doppel-E beim zweiten Mal. So wie ich es hier angegeben habe, dann tippst du ganz einfach auf Enter und dann kommst du hier zu dieser Seite. Und wenn du dich hier angemeldet hast, dann kommst du direkt rein. Ich bin hier schon angemeldet. Falls nicht, dann musst du dich einmal anmelden. Und dann kannst du hier ganz easy deinen Code eingeben, falls du einen hast. Dann tippst du einmal auf Ich bin kein Roboter, musst du vielleicht nochmal ein paar Fotos antippen und dann kannst du deinen Code eingeben. Ich hoffe, ich könnte dir weiterhelfen. Falls ja, dann liken, abonnieren, Glocke aktivieren und deinen Kommentar unterlassen.